Das Hotel Columbus liegt in Monaco, Monte Carlo in Monaco. Das Hotel Columbus ist beliebt unter den Gästen, 82% empfehlen das Hotel weiter. 20 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,1 von 6 Sonnen vergeben. Service. Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.